Hallo, mein Name ist Emil Sandkuhl, ich bin der Ausbildungsleiter der Internationalen Qigong-Vereinigung. Kennen Sie das? Katzenjammer, traurig sein, schlecht drauf sein, Depression, den Blues haben? Nach Ansicht der traditionellen chinesischen Medizin ist die Ursache ein Mangel an Lungen-Chi und ein unausüglichener Status der Leber. Die folgende Übung kann hier Abhilfe schaffen. Berücksichtigen Sie die Verfassung Ihrer Schultergelenke und Ihrer Sehnen. Beginnen Sie vielleicht mit 10 Wiederholungen und steigern Sie sich ganz langsam bis auf 50 Wiederholungen. Atmen Sie ein beim Heben und aus beim Senken der Arme. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und es hilft, es heilt die göttliche Kraft!